Kapitel 7 Teil 1 Hinein in die Schattengespinsthöhlen Am selben Augenblick marschieren König Arthas und Anubarag im Northrend in die dunklen vergessenen Hallen von Azjol Nerub ein. Und so lange sie können halten. Sagt mir, wo sind all eure Leute? Sollten hier nicht ein Erober sein? Untot oder wie auch immer? Das habe ich mich selbst schon gefragt. Etwas muss sie alle vertrieben haben. Wir haben es euch gezeigt, verfaulte Kadaver. Euch beobachten wir schon lange. Aber Muradins Zwerge? Unmöglich. Bleibt denn gar niemand mehr tot? Wir ziehen durch dieses trostlose Land, seit ihr Muradin getötet habt. Und uns verfaulen ist Arthas. Unser Amt für der Belgien brachte uns in die Ruinstadt, damit wir überleben. Aber euch lassen wir keinesfalls herein. Wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Zafiron, Angriff! Gut gemacht, mächtiger Zafiron. Ich wünschte, wir könnten euch mitnehmen. Doch die Tiefen der dunklen Erde sind kein Ort für euch. Die Zeit dessen ist König, wird glatt. Wir müssen uns beeilen. Na, eigentlich schade, dass wir einen Zafiron hier nicht mitnehmen können. Aber das wäre auch irgendwie leicht cheating. Was ist das diesmal? Hm. Genau. Ein Bier für jeden Gulde erledigt wird. Hm. Bier. Die allgemeine Währung der Zwerge. So, schauen wir mal, was wir hier kriegen. Ach, das ist der Tür öffnet. Hier in der Zjolnirub lässt sich ein Haufen nützliches Zeug finden. Zündet die Ladungen. Sprengt die Brücke, bevor sie herüberkommen. Nein! Haltet sie auf, bevor sie... Das war für Muradin. Nun kommt keiner mehr rüber. Es gibt andere Wege durch das Labyrinth. Tue das Rittamt. Wir finden einen anderen Weg. Ja, dann müssen wir wegen den Zwergen jetzt einen kleinen Umweg gehen. Arthas hat hier übrigens keinen Ultimate mehr, weil er jetzt nur noch Stufe 5 ist. Oh ja, nicht ganz vergessen, hier anzumachen. Das nicht. Oh, jetzt ist das Ding nervig. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Komm, nimm. Frostmone hat Hunger. Ah, geht doch. Das ist schon besser. Da kommt man auch irgendwie ran, aber... Moment, ich glaube, das war da hinten irgendwas. Niemand erteilt mir Befehle. Ach, ja, stimmt. Wir sollten es mitnehmen. Hier finden wir im ganzen Level immer wieder ein bisschen Gold. Das Gold, das behalten wir dann für bis zur letzten Mission. Und ja, es nähert sich langsam dem Ende. Wir haben jetzt ein paar Aziol-Nerub-Missionen. Und nach diesen Missionen... ...wird es... ...zur letzten Schlacht gehen. Und je mehr Gold wir finden, desto leichter haben wir es natürlich am Anfang von der letzten Schlacht dann. Arthas und Nanobarach sind jetzt übrigens auch gleich stark, beide mit Level 5. Das ist schon was. Oh, Moment, denn das ist noch mehr Gold. Mehr Gold. Das könnte uns später nützen. Mit dem Fleischwagen geht das alles hier ein bisschen schneller. Oh, Moment, da. Ist ein Hebel. Oh. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie man an diesen Ring da rankommt. Da war, glaube ich, irgendwo ein Hebel oder ein Schalter für... Ich bin jetzt echt nicht mehr, wie man es hier war. Ist auch egal, am Schluss brauche ich den hier nicht mehr, bei den ganzen alten, was ich hier drin finde, ist so ein kleiner Ring, ist wirklich bedeutungslos. Endlose Pein wird euch erwarten. Endlich. Das hier sieht wie ein altes Silo aus. Das ist eine Sackgasse, Anubarach. Irgendwann muss ein geheimer Durchgang sein. Während unserer Blüte waren wir mehr obergeschickte Baumeister. Jetzt Frostmorn! Jetzt Frostmorn! Sprecht, Dummkopf! Ah, ein Hebel. Das ist schon besser. Euer Pein will... Das ist eine uralte Hortzelle, der der Ober. In solchen Kameraden haben wir den Großteil unserer Schätze aufbewahrt. Der Durchgang in den unteren Tiefen liegt unter diesem Raum. So, hier, dieser Schalter hier betätigt eine Stachelfalle. Und die habe ich jetzt soeben deaktiviert. Ein Stachelhalsband. Ja, können wir gleich aktivieren. Dann können wir ein tolles Hündchen rufen. Kennen wir ja schon, die Viecher. Ja, komm her. Na, ich hasse es, wenn die Einheiten sich immer aufstauen. Nehmt mit, was ihr tragen könnt. Okay. Hier war nichts. Ich glaube, wir müssen den Hebel hier drücken. Naja, dann kommen wir da raus. Stimmt. Todespack nur noch auf Stufe 1. Gut, das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Niemand erteilt mir Befehle. Versucht es nicht einmal. Dieser Schatz hier gehört den Zwergen. Dieser Schatz gehört dem Nicht-König-Zwerg. Wir seile dir auch neben uns, was wir wollen. Jetzt werdet ihr leiden. Was ist für Murat, die Dreckskerle? So viel dazu. Eine Heilsalbe. Macht trotzdem irgendwie keinen Schaden mit den Explosionsfässern. Schauen wir mal weiter, ob ich das vergessen. Ja, ein Kraschkörper. Verstärkte Rüstung. Niemand erteilt mir Befehle. Zum Glück Stichschaden. Das heißt, die machen kaum Schaden gegen meine schwere Rüstung. So, ach, da war der Hebel. Jetzt ist mir in den. Ah, endlich. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Ich liebe dieser Ars-Käfer. Hat immer eine kleine Armee dabei. So, jetzt sind wir am anderen Ende dieser Brücke. Jetzt können wir endlich weitergehen. Schlachtet sie alle ab. Das ist schon besser. Äh, Barthas. Schießt auf alles, das schluft oder kriecht. Echt. Dummkopf. Endlich. Nur mal schauen, ob in dem Fass ja was drin ist. Frostmone hat Hunger. Nee, da war nichts drin. Man kann jetzt hier übrigens auch ein bisschen rumgehen, aber, äh, da gibt's leider nichts zu. Na, da ballen an die rum. Frostmone hat Hunger. Jetzt werdet ihr leiden. Ja, da ist wieder ein bisschen Gold. Endlich. Wir können alles Gold gebrauchen, das wir finden können. Ich kenne zum Glück alle Verstecke von dem Gold. Ich hoffe nur, dass ich sie immer noch kenne. Hinten ist jedenfalls auch noch eins. Das ist schon besser. Was ist es diesmal? Frostmone hat Hunger. Ach. Könnt ihr euch mit einmal nicht total... Sprecht, Dummkopf. Könnten sich ja dauernd selber ab hier die Einheiten. Endlich. Ich erinnere mich an euch, Prinz des Bösen. Ihr habt den Armin Muradin getötet. Kommt endlich darüber hinweg. Ich lasse euch nicht durch diese Tür, Verräter. Die jüngsten Baben haben dunkle Wesen unter dem Eis geweckt. Uralte, grässliche Wesen. Wir haben geschworen, sie eingesperrt zu lassen, wo sie sind. Wir gehen das Risiko 1-Werk. So oder so. Wir gehen durch diese Tür. Und was habt ihr damit wohl meint? Ach, der ist Stufe 10, der Typ. Komm, friss ein Todesmantel. Und den nächsten Todesmantel verwende ich mal lieber. Frostmourne hat Hunger. Schlecht. Es war fein. So. Der Ultimate von Anubarak. Er lässt einen ganzen Heuschreckenschwarm herumfliegen. Die zapfen alles an, was sie kriegen können. Und fliegen dann zurück zu ihm und heilen ihn dann. Den Schlüssel brauchen wir für den, für das Tor da hinten. Okay, alles klar. Kurz Item ablegen, Blutschlüssel nehmen, hingehen und wieder nehmen. Das Gold haben wir alles gefunden, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Also alle 5. Der Gestank hier drin ist schrecklich. Hier stimmt etwas nicht. Wenn die Geschichte des Zwergs stimmt, kann alles mögliche in der Dunkelheit auf uns achten. Die Treppe führt ins Zentrum des alten Nerobereichs. Wir müssen vorsichtig sein. Mal schauen, was da auf uns wartet. Wie war es dann? Ihr Sonntag ist zu schrecklich.